Musik Schönen guten Abend liebe Zuschauer, hier seid ihr wieder dabei beim verrückten Adventskalender Tür Nummer 17, hier kommt sie. Musik 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 Heute Abend steht also mal wieder eine lustige Aufgabe in der Öffentlichkeit an und ich, der Uble, werde sich jetzt auf den Weg nach Lauf an der Pegnitz machen und dort in der Stadt werde ich einige öffentliche Wege für Fußgänger absperren. Also ich habe ein Absperrband dabei, da werde ich also einige Fußwege absperren und meine Aufgabe würde es sein, dass die Personen, die da in der Fußgängerzone unterwegs sind, die müssen da einen Umweg um dieses Absperrband rumgehen und nur wenn sie mir das abnehmen, dass es da auf dem Weg zu glatt ist und dann also den Umweg machen, dann ist die Aufgabe geschafft. Es gibt keine Zeitbegrenzung, also ich habe endlos Zeit, ich war auf dem Marktplatz heute in Lauf unterwegs und hier sehen Sie die Aufnahme mit versteckter Kamera, los geht's. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Aber danke trotzdem für eure Mühe. Wir sehen uns also dann morgen wieder. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Macht's gut. Hier kommt der Abspann. Tschüss. Euer Uble. Can't believe, wie schnell die Zeit vergeht. Schon Adventstag 17. Wenig Tage bis dahin. Bis zur Christmastime in good old Germany. Ja, sing it, ladies. Dashing through the snow Auf ne Schlittenfahrt we go It's the simple things in life like jingle bells But there is one wish, den ich hätte Christmas wird es richtig nett Denn zur weißen Weihnacht richtig Schnee noch fällt We didn't have no internet But man, I never will forget The way the moonlight shined upon her head And we would try it with her things And we would smoke it funny things Making love out by the way to our favorite song And we would try it with her things